Herzlich Willkommen zur Auflösung des Matt-Rätsels vom 20. Juli 2021. Schwarz am Zug und setzt in zwei Zügen matt. Das muss er auch, denn die schwarze Dame hier droht flöten zu gehen. Aber Schwarz matt zuerst mit Turmschlichter 2 Schach, Königschlichter 2 und Turm A5. Matte. Schach matt. Der Bauer hier ganz wichtig, kontrolliert das Fluchtfeld. Habt ihr bestimmt alle gefunden. Ihr seid super stark inzwischen und morgen mache ich euch noch stärker. Bis dann.